Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen in der dritten Runde Commander heute beim Trader Store in Regen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, kauft euch ein Ticket. Hier gibt es nicht nur Magic, auch mal Yu-Gi-Oh! wenn ihr dabei sein wollt oder Lokana, Star Wars. Kommt einfach vorbei, auch für One Piece. Und dann spielt ihr einfach mit und habt eine schöne Zeit hier. Wir spielen jetzt Commander jetzt Runde. Ich bin der Erik. Ich spiele Allela, listige Provokateurin. Für 4 Mana in Weiß, Blau und Schwarz ist sie 2-3. Fliegen, Todesberufung und Lebensverknüpfung. Andere Fliegen, die Kreaturen, die ich kontrolliere, haben plus 1, plus 0. Und immer wenn ich ein Artefakt in einer Verzauberung wirke, erzeuge ich eine 1-1 blaue Fee mit Flugfähigkeit. Hallo, mein Name ist Chris. Ich spiele heute Kodi, der Poltner Kodex. Der kostet 3 farblose Mana, ist eine legendäre Artefakt-Kreatur-Konstrukt. Und ich darf keine bleibenden Kartenzaubersprüche wirken. Und für 4 Mana-Tappen erzeuge ich 5 Mana jeder Farbe, von jedem Typ 1. Wenn du in diesem Zug deinen nächsten Zauberspruch wirkst, schicke so lange die oberste Karte der Bibliothek ins Exil, lege den Rest in zufällige Reihenfolge unter Bibliothek. Ich bin Andreas, ich spiele ein Pärchen aus Dr. Wu. Einmal Jamie Crimin, Hartrampel 2-2 und er wird bis zum Ende der Runde gebufft für immer, wenn ich ein Historik-Spiel spiele in Höhe der Converted Mana-Kost. The War Doctor 3-5 und er sagt im Prinzip immer, wenn eine Karte geexiled wird oder ausgefaced wird, kriegt er eine Marke drauf und wenn er angreift, kann er dann in Höhe der Marke, die er drauf hat, Schaden schießen. Ja, zuallerletzt, ich bin Florian und ich spiele heute Hidetsugu und Kairi. Das ist eine legendäre Kreatur, Oga, Demo und Drache, die 5 Mana kostet, nämlich 2 generische, blau, blau, schwarz. Und sie hat Fliegen und sie macht, wann immer Hidetsugu und Kairi das Spielfeld betreten, ziehe ich 3 Karten und dann tue ich 2 Karten von meiner Hand oben auf meine Bibliothek wieder zurück. Und wenn Hidetsugu und Kairi sterben, exile ich die oberste Karte meiner Bibliothek, dann verliert ein Gegner meiner Wahl so viel Leben wie die Mana-Value von dieser Karte. Und falls es eine Instant-Olas-Husri-Karte ist, kann ich diese wirken ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Dann schon gewürfelt. Ne, fang ich mal an. Von DRAW. Dann spiele ich einen Wald. Und für ein Mana Search for Tomorrow. Also ich kann, das hat Suspend 2, bedeutet, ich, ähm, also ich kann die für einmal ein Exil schicken, zwei Marken drauf schicken, und zu meiner Upkeep kann ich eine entfernen. Und wenn ich die letzte entfernt habe, kann ich meine Bibliothek nach einem Land, Basic-Land durchsuchen und das ins Spiel bringen. Dann gebe ich mal den Zug ab. Da. Command Tower. Tap für die Fahrer meiner Kommandeure. Go. Ich würde ein Under City Sears spielen. Das ist eine Insel Swamp, was getappt ins Spiel kommt. Und wenn es ins Spiel kommt, dann wähle ich eins. Ich glaube, das lasse ich hier oben drauf liegen. Go. Ich spiele einen Raffinens Turm. Kommt getappt und kann weiß, blau und schwarz machen. Oder ich könnte es für drei umwandeln. Und, äh, ob morgen Magic nochmal gestreamt wird, weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall morgen Magic hier. Und es kann dann natürlich sein, dass morgen auch wieder ein Magic-Steam ist. Go. Wenn ich mal einen Zug upkeep. Ich entferne eine Marke. Draw. Spiele ich Halle der Turmriesen. Falls du zwei oder mehr andere Länder kontrollierst, kommt die Halle der Turmriesen getappt ins Spiel. Das ist dementsprechend nicht der Fall. Erzeugt ein blaues. Und für sechs Mana wird es zu einer 7-7 blauen Riesen-Kreatur mit Abwehr 3. Die ist dann immer noch ein Land. Und dann passe ich meinen Zug. So. Reflecting Pool macht Mana, äh, in den Farben der Länder, die produzieren können. Und dann spiele ich Abrasmir 2-2. Und immer wenn Abrasmir oder eine andere Non-Token-Historic-Permanent-Inter-The-Belt-Field-Unleger-Control. Ich schieße euch einen Schaden. Ich kriege ein Leben. Historische Karten sind, äh, legendäre Zaubersprüche, ähm, Artefakte und Sagen. Ähm, äh, 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 ja genau. Ich glaube ich habe alles richtig gesagt. Ähm, ja. Dann habe ich einen Inter-Infernal-Build-Trigger. Ihr kriegt einen Schaden. Ich kriege einen dazu. Und... Gib ab. So. Jetzt ziehe ich eine Karte. Ne, du kriegst einen dazu. Ich schieße einen dazu, ja. Aber er ist... Ja. So. Ich spiele eine Insel. Und für zwei spiele ich ein Arcane Signet. Das macht ein Mana eine bliebige Farbe in der Commander-Identitätsfarbgebung. Und dann sage ich mal Go. Ich spiele eine Insel. Und dann spiele ich für eins einen Soul-Wing. Der macht zwei farblose Mana. Ähm... Und dann spiele ich für eins mit einem Floating noch einen Weißsager-Kreisel des Senseis. Der sagt, für einen Mana habe ich mir die obersten drei Karten meiner Bibliothek an. Leg sie in beliebiger Reihenfolge zurück. Und für Tappen kann ich die oberste Karte ziehen. Und lege dann... Und dann lege ich den Weißsager-Kreisel des Senseis auf die Bibliothek. Und dann mit dem Mana, was ich noch übrig habe, würde ich das dann aktivieren. Und dann mir die obersten drei angucken. Und hinlegen, wie ich möchte. Die kommen so wieder da drauf. Und dann gebe ich ab. Dann gehe ich in meinen Abkipp. Da kommt die letzte Marke runter. Was ich gesehen. Dann durchsuche ich meine Bibliothek nach einem Standardland. Eine Ebene. Das ist eigentlich interessant. Ich spiele eigentlich nur wegen Farm. Immer wenn was geexiled wird oder geausfällt wird, kriege ich dann eine Marke. Und wenn er angreift, habe ich quasi einen Attack-Trigger. Und ich kann Schaden an Endy-Target erhöhen. Dann gehe ich in meinen Draw. Ich bin im Befehlsturm. Land for turn. Und irgendwas anderes noch. Aber wie gesagt, der ist eigentlich nur für Farben da. Und dann würde ich für drei Mana. Er wird höchstwahrscheinlich nie das Spielfeld sehen. Ist trotzdem interessant. Ich glaube der ist auch ganz gut. Ja. Und schluss mein Commander und gebe ich ab. 4 kostet das Aktivieren von ihnen. Ja das kostet ja. 4 für 5 Mana. Dann möchte ich gerne. Das kann ich nicht spielen. Dann spiele ich was. Trotzdem. Äh, Canopy Vista kommt getabbt ins Land. Äh, getabbt ins Spiel leider. Macht grün-weiß. Äh, und dann spielen wir das dann so rum. Dann spiele ich SRAM. Senior Advisor. Immer wenn you cast an our Equipment or vehicle spell draw a card. 2-2. Dann habe ich einen ATB-Trigger von Abrasmir. Ja, es ist eine historische Kreatur. Äh, permanent in den Spiegel kommen. Ihr kriegt ein Leben abgezogen. Kriege ich einen dazu. Und dann würde ich gerne in Combat gehen wollen. Und ich greife mal dann Erik. Ja, ich greife dann Erik an mit 2. Und dann würde ich abgeben. Dann ein TAB. Card draw. Ähm, wir machen was am dürfsten. Und ich glaube, ich würde einmal ein tristes Gewässer ins Spiel bringen. Dann kriege ich ein Leben. Ja. Und für ein schwarzes und ein Island würde ich einmal gerne versuchen, deinen Kodi kaputt zu machen mit Feed the Swarm. Destroy target creature or enchantment an opponent controls. You lose life with a permanent mana value. Das heißt, ich würde 3 verlieren. Das wäre dann mein Zug. Go. Und TAB draw. Ich spiele eine Insel. Und für 3 würde ich eine Mitternachtsuhr spielen. Die sagt, äh, für Tappen machen Mana. Äh, machen wir aus Mana. Für 3 lege ich eine Stundenmarke auf die Mitternachtsuhr. Und zu Beginn jedes Versorgungsegends lege ich eine Stundenmarke auf die Mitternachtsuhr. Und wenn da die 12 draufgelegt wird, mische ich meine Hand und meinen Friedhof in meine Bibliothek. Und dann ziehe ich sieben Karten und die Mitternachtsuhr mit Vincenze Exil überschickt. Äh, genau. Und dann gebe ich auch schon ab. Ich bruche da mal einen 4-2. Teppich. Ja. Dann kommt hier ein Marken drauf. Ich spiele ein Wald vor Turn. Für einmal blau, zweimal blau würde ich Flut der Erinnerung casten wollen. Das ist eine Hexerei. Bring eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte in der Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Schicke die Flut der Erinnerung ins Exil. Für Search for Tomorrow. Vielleicht verzweifelt. Ramp. Ramp. Für 1, 2, 3. Durch diese Casten. Und dann mein Zug beenden. Und dann habe ich den rot. Da kommt hier eine Marke drauf. Das ist Verzwafelung. Ja, das ist Verzwafelung. Äh, wo der Foot ist, ist ein Fettschland, kann ich suchen für Forest oder Mountain. Dann... Da fragt gerade jemand aus welchem Set die Länder sind, glaube ich. Phyrexian. Phyrexian. Ja, das ist dieses Phyrexian Oil Fall oder wie der da heißt, ne? Ähm, dann möchten wir... Wie keiner auf der anderen Seite erkennen kann, was es ist. Weil zum Beispiel da hinten links neben dem Command Tower kann ich zum Beispiel von dir aus nicht sehen, was es ist. Ich sehe, dass da irgendwas Dunkles ist. Ich kann sagen, dass es keine Planes und kein Mountain ist, aber ich sehe, dass es... Also wenn ich da oben blücke, sehe ich, dass es ein Wald ist. Wir möchten gerne Jamie McCrimmon spielen, wenn das in Ordnung ist. Ja. 2-2, Trampel und kriegt zum Ende einen Boost durch jeden Historic Spell, den ich wirke. Dann habe ich einen Abrasmir Trigger. Ihr verledigt ein Leben, ich kriege ein Leben. Und dann möchte ich in Combat gehen. Und... Wir sind alle auf. Ja. Dann haue ich 2... Mit 2 Abrasmir auf dich Flo und du kriegst 2 von Sram. Ja. Und dann möchte ich abgeben. Okay. Und tap. Dann kommt jetzt wieder eine Marke drauf. Draw. Dann spiele ich einen Sumpf. Was wir tappen. So. Und... 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich meinen Commander Hidetsugun Kairi spielen. Außer jemand countert das. Nö. Wenn der das Spielfeld betritt, ziehe ich 3 Karten und tue 2 oben drauf. Und was macht der jetzt nochmal genau? Wenn der stirbt, dann exile ich die überste Karte. Dann verliert ein Gegner so viel wie die Mana-Venue. Ja. Und ich kann sie umsonst spielen, falls es nicht zu Sorceries ist. Also Deckmanipulation. Go. Und es fliegt. Und dann fliegt 5, 4. Und dann würde ich im Endstep für 1 den Sensei Stop aktivieren. Wo mir die obersten 3 Karten angucken und die beliebig auf mein Deck legen. Dann lege ich die so. Dann gehe ich in meinen Zug. Kommt wieder eine Marke drauf. In deinen Phasenwechsel kürze ich meine Kurze Land für uns ab. Ich verliere ein Leben und suche nur ein Land raus. Ich spiele einen Sumpf als Land for Turn. Das ist alles nicht ganz so gut. Ich suche mir Stomping Grads raus. Kommt getappt ins Spiel. Gebirge Forrest. Den muss ich mir auch noch mal anschauen. Das finde ich echt gut. Auch so als Cormana. Naja, der ist nicht verkehrt. Ich würde für 3 Mana würde ich Toxic Deluxe spielen. 4 Leben bezahlen. Und dann würde jede Kreatur minus 4 minus 4 bekommen. Ja. Jede Kreatur minus 4 minus 4. Entschuldigung. Außer Counterspieler. Jetzt muss er abnehmen. Wir müssen unseren Mr. Counterspieler nehmen. Ne, ne. Ich komme doch nicht. Dann kriegt jede Kreatur minus 4 minus 4. Dann würde hierzu Kairi sterben. Ja. Jede oder? Jede Kreatur. Jede Kreatur. Ja. Dann würde er einen Trigger kriegen. Und Death Trigger. Ich reveile Vet Emergence. Das macht Put Target Creature Card from a graveyard into the battlefield under your controlled proliferate. Ja. Du würdest 5 Leben verlieren. Ja. Und ich würde das casten und mein Hedl Zugu und Kairi wieder aufs Battlefield wohnen. Wer hat denn jetzt Toxic Deluxe gewählt? Ich. Achso, ok. Und wenn der entert, dann ziehe ich wieder 3 Karten und tue wieder 2 um drauf. Außer jemand direkt geht da drauf. Ne. Ja. Ja. Nö. Nö. Achso, super. Das habe ich nicht mit gerechnet. Ah. Ja. Go. Ähm. Dann. Go. Dann krieg's muss ich das Lachen von dir. Dann enttipp ich mal. Ah ja, Sea of Clouds. Das ist doch schön. Ja. Dann würde ich mal wieder versuchen. See of Clouds kommt nicht getappt ins Spiel, wenn ich 2 oder mehr Gegner habe und macht halt weiß oder blau. Und für 1, 2, 3, 4, 5 versuche ich es nochmal mit Cody. Und dann passe ich mal zu. Und dann guck. Planes. Dann. 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 wie ist es nicht. Ja. Für 5 mein Commander wieder und ... gib ab. Untapp. Ja, hier sind noch ein paar Counter drauf gekommen. 1, 2, 3, 3, 3. Ja. Dann spiele ich eine Wasserschleierhöhle. Die macht ein farbloses für normales Tappen oder ich kann ein blaues und ein schwarzes machen, aber dann enttappt die Wasserschleinhöhle nicht während meines nächsten Enttappungssegments. So, was machen wir denn hier Schönes? Was haben wir denn Schönes für euch hier so im Präpertoire? Ja, ich glaube für 6 würde ich gerne einmal Stolen Identity auf meinen Commander casten. Das heißt, ich möchte gerne einen Spielstein machen, der eine Kopie von Hinti, Tsu und Kairi ist. Zusätzlich hat dieser Stolen Identity auch noch eine zusätzliche Fähigkeit, nämlich Chiffrieren. Das heißt, wenn ich diesen Spell caste, dann kann ich diese Karte exilen und immer wenn die Kreatur dann Kampfschaden macht, kopiere ich sozusagen diesen Spell, den ich exiled habe, also chiffriert habe. Ich möchte hier mal darauf reagieren auf Stolen Identity. Ich würde einen Response für einen Mana, den Sense Stop aktivieren. Ich glaube, hier gibt es einen Konto. Ich habe Kopie. Warte. Da geht es so drauf. Dann würde ich nämlich... Warte, hier kriegst du es von mir. Versuchst du eine Kopie? Eine Kopie machen, das heißt... Wir haben jetzt eine State-Based Action erstmal, nämlich die legendären Regel, bevor die beiden Trigger von der Kopie auf den Stack gehen. Das heißt, das Original würde jetzt in den Friedhof gehen und dann kommen die beiden Fähigkeiten, nämlich einmal das Enter the Battlefield von der Kopie und einmal der Die-Trigger von dem Original. Also du entschillst ja auch, dass das Original in den Friedhof geht. Ich frage nur. Es sind zwei Trigger, die auf den Stack gehen, nach den State-Based, das heißt, ich kann jetzt erst drei ziehen. Ich frage nur, warum hättest du doch die Kopie opfern konntest, wenn ich frage nur. Nee, nee, das hat schon seinen Sinn. So, dann... Da gucken wir uns nicht irgendwie wieder in den Märchen. Ja, wahrscheinlich. Ja, da haben wir nämlich Friedhofsfalscherei für sieben. André, du verlierst sieben. Das macht, schicke bis zu fünf Kreaturenkarten deiner Wahl aus Friedhöfen ins Exil. Ein Gegner teilt jene Karten auf in zwei Haufen, bringe alle Karten des einen Haufens unter deine Kontrolle ins Spiel und lege den Rest auf die Friedhöfe ihres Besitzers. Ähm, da ich so oder so weiß, dass man mir nur mein Commander gönnt, nehme ich nur meinen Commander, äh, dann... Ja, wir würden das halt, wir würden das immer so... Chris, welchen Hauf, äh, teile das bitte in zwei Haufen auf. Okay. Das haben wir dann... Ja. Ja, also, äh, nehme ich dann den Haufen mit Hedizu und Kairi, das ist schwierig. Das kommt wieder ins Spiel, legendäre Regel, das heißt, es stirbt wieder, die beiden Trigger kommen wieder drauf, ich ziehe drei Karten. Also, jetzt... Dann, André, du verlierst fünf, nämlich für No One Left Behind. Das ist ein, ähm, Reanimierungsspell, der Return Target Creature from your graveyard to the battlefield, dann würde ich einmal hier die Zuge und Kairi targeten, das kommt dann zurück ins Spiel, wieder eine legendäre Regel, drei Karten ziehen, machen wir das, das ist nämlich das Schöne, man kann sich hier den obersten Deckel mal zurecht machen, noch ein Reanimierungsspell, nämlich von den Toten auferstehen. Das bringt eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof unter meiner Kontrolle ins Spiel, diese Kreatur ist zusätzlich zu ihren anderen Farben ein schwarzer Zombie. Erstmal, wer verliert Leben? Ich glaube, Chris, du würdest einmal fünf Leben verlieren. Da auch möchte ich reagieren. Okay. Die Philippen legen... Jetzt machen wir damit mal auf, doch. Everybody lives, it's an instant. All creatures can hexproof and instructable and in of turn players can hexproof and in of turn players can't lose life this turn. Ja, aber wir sind gerade in dem Resolven von dem Letzten. Du verlierst Leben und dann kaste ich. Du hast keine Priorität dazwischen. Oh, okay. Also fünf verlierst du auf jeden Fall, aber dann kaste ich. Ja, trotzdem, man hört dann auf. Wieso? Was macht das? Also, alle Kreaturen haben hexproof und instructable und players can hexproof. Wir lösen jetzt da gerade... Und players can lose life this turn. Der Trigger geht auf den Stack und auf den Trigger kann er reagieren. Habe ich auch gedacht. Ja, aber die wurde ja schon aufgedeckt. Und dann... Ja, ja, erst mal geht der Trigger auf den Stack und dann hat er zu schnell gespielt. Also der Trigger geht auf den Stack, er reagiert da drauf. Tut das irgendwas, dass ich aus dem Friedhofssache nicht mehr rausbringe? Nee, aber er findet kein Leben. Ja, genau. Alle kriegen... Alle... All creatures can hexproof and indestructable. In of turn players can gain hexproof and in of turn players can't lose life this turn. And players can't lose the game or win the game this turn. Aber da das ja kein Schraut ist, kannst du quasi weiter deine Kreaturen tragen. Ja, das stimmt. Du kannst halt nur... Da passen wir dann... Warte, 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 warte. Dann kannst du auch mal den Spell... Okay, gucken wir mal, ob wir was dagegen machen können. Weil wenn jetzt sonst der Loop durchgeht, ja, und es wird am Ende, ne? Deswegen versuche ich es. Wenn es halt, wenn da jetzt nicht das komplett Schlechteste auf dem Backdown... Äh, Target Player loses equal to... Gut, die Frage ist halt, Target Player loses, ob das dann immer noch das Resolve, dass ich den dann kriege. Du kriegst... Der Cast Trigger kommt noch. Ja. Weil das war ja dann... Dann würde ich hier dazu... Er reagiert ja halt nur auf... Ja. Also der Effekt geht auf den Stake, er reagiert da drauf. So, dann Resolve das. Nachdem das Resolved ist, suchst du quasi jetzt das Target aus. Kann keiner halt reanimieren. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Das da, das da, das da. Vet Emergency hatte ich, glaube ich, auch diese Runde gecastet, ne? Ja, du kannst ja immer noch weiter Sacrify. Äh, ja, wird dann ges... Oder das... Das ist schon das Leben wieder, ne? Die Kopie wird gesacrificed. Und das heißt, ich ziehe dann nochmal drei Karten. Jetzt könnt ihr keine Lebenspunkte verstanden. Ja, für diesen so aufmachen, wie ihr willst. Ja gut, aber jetzt haben wir nur trotzdem Zeit, ne? Dann würde ich einmal Temporal Fissur aufdecken. Das ist ein Bounce Spell in dem Sinne. Return Target permanent to its owner's hand. Und Storm. Hexproof, ne? Alles hat Hexproof. Auch Permanente? Ja, also All Creatures. Ja, ich kann permanente Bounce. Ja, ja. Ja, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf gebounced. Das heißt, ich kriege fünf Kopien und eine extra. Also hast du sechs Sachen bouncen. Das heißt... Hast du die alle? Ja. Ja, das waren die alle genau. Und der nicht genau. Der nicht, aber die. Ja, genau. Äh, du brauchst vier. Dann fünf Länder bei dir. Fünf Länder? Ja, und dann kann ich noch eins. Dann würde ich einmal noch... ...und eins holen, glaub ich. Ja. Gut. Dann, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Muss ich discarden. Ich würde nochmal den Sensei Stop aktivieren. Vielleicht möchte ich jetzt nochmal eine andere Reihenfolge jetzt haben. Da würde ich einen, die mir Gildeneingang gleich abschmeißen. Ne, passt so. Eine Insel abschmeißen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und einmal, was können wir noch hier aufschmeißen? Ich glaube, noch eine Insel abschmeißen. Ich glaube, Arch Enemy steht schon mal für. Ich habe mich für die Gruppe geopfert hier. Keine Länder mehr. Ich weiß ja nicht, was für ein Quatsch denn noch alles ist. Der Commander muss weg. Ja, das ist ja irgend so ein Dick, der 90% der Karten haben wir wahrscheinlich noch nie gesehen. Fokus, sorry. Es ist Budget. Also man kann sich das für 35 Euro nachbauen. Das Budget heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Ich würde für zwei, also eins Floating habe ich noch und dann drei würde ich Aleda spielen. Tromti? Ja. Dann für das eine Farblose noch und das blaue spiele ich noch den Realitätschip. Der hat Rekonfigurieren 3. Für drei kann ich die Kreatur an eine andere Kreatur anlegen, wie ein Equipment halt. Und solange der Realitätschip angelegt ist an eine Kreatur, darf ich Länder und Zauersprüche oben vor meiner Bibliothek spielen und wirken. Und ich kann mir zu jedem Zeitpunkt die oberste Kase meiner Bibliothek anschauen. Das triggert Aleda und dadurch würde ich noch eine Fee bekommen, weil es ein Artefakt ist. Und dann gebe ich ab. Und dann kommt hier wieder ein Counter drauf. Spiele ich einen Befehlsturm, Land for Turn, macht mal eine beliebigen Farbe und Farbentität meines Kommandeurs. Und dann, und dann, und dann. Ja, da geht es gleich wieder ab, da hinten. Tatsächlich schon wieder. Werfe dich? Beende ich meinen Zug, knuffe ich mal ein bisschen mal ab. Man tipp. Ja. Nur für dich. Eine muss ich noch. Ja, läuft schon. Äh, Spire Industry. Für Farblos, Pay One Life, Add Mana auf Any Color, kann ich aber nur aktivieren. Sollte ich ein Artefakt kontrollieren. Dann hab ich 6. Wir spielen auf jeden Fall den Geilen Magdras, also, es ist, es ist der Loxidon Warhammer. Ja, äh, Equip Creature get, also, die Kreatur, die ausgerüstet ist, erhält plus 3, plus 0 Trampel, äh, Lebensverknüpfung und hat Equip 3. Dann, Farblos, ähm, die beiden, äh, Triggert ihn, er kriegt plus 3, plus 3 bis zum Ende der Runde. Dann, was cool ist, er muss ja nur sterben. Was cool ist, er muss verzaubert werden, zu einem Elch zum Beispiel. Oder zu einem Insekten, was unser Sterber ist. Genau. Hab ich im Deck. Aber, hab ich nicht auf der Hand. Was, check ich mal das live, hm? Möchte ich gerne mit den Combat gehen und würde dich mit einem 5,5er Trampel Commander angreifen. Nehme ich. Du machst das im, bevor wir in den Schaden Combat gehen, möchte ich gerne Battlefield Improvisation spielen. Was macht er? Target Creature, jetzt, also die Kreatur, ich fülle ihn aus, krieg ich plus 2, plus 2 bis zum Ende der Runde und ich, wenn die Kreatur angreift, kann ich Enden dann mal auf Equipments an ihn ausrüsten. Wie stark ist er dann insgesamt? Dann ist er jetzt 5, 7, 10, 7. Warum 10? Das ist aber kein Historic Spell. Nein, er ist jetzt 5,5, aber er macht 2, plus 2, plus 2. Ja, also er ist jetzt, auf den Cast ist er 5,5, also er ist 5,5, ich möchte dann. Würde ich da noch 6 kriegen, ne? Und er stirbt. Also dann ist er jetzt 7, 7, plus 1 ist dann 10, 7, Trampel, Lifelink. Ja, dann stirbt er, ich krieg und Commander hätten wir dann 6, Trigger. Dann! Reveal dich, du hast die Karte? Ja, genau. Wir machen. Zombifizieren ist ein Reanimierung Spell, Tage, Heel, Zubu und Kairi, äh, Chris, du verlierst 4. Darauf möchte ich reagieren. Warte mal. Auf das... Auf den... Cast. Wie vorhin. Ne, aber ich hab doch jetzt wieder revealed. Ja, aber du musst es ja mal warten. Du musst es doch ansagen. Du musst es ansagen. Ja, du musst es ansagen. Teferis Schutzband. Warte, was macht das? Ich sag, ich lese das eh vor. Ist ein Spontanzauber und bis zu deinem nächsten Zug kann sich dein Lebenspunktestand nicht ändern und du erhältst Schutz vor allem. Alle bleibenden Karten, die du kontrollierst, destabilisieren sich. Ich schicke Teferis Schutzband ins Exil. Immer wenn... Ja, ja. Das Problem ist, es wird halt viel abgekürzt, aber eigentlich musst du halt immer warten. Okay, Reanimierung trotzdem. So, ja. Dann... Ich geh Second Main, mach nix. Ich bin auch gefaced. Ja, im Weg. Tschüss. Bis morgen. Ein Dunkelwasserkatakomben. Ja. Jetzt schießt ihr euch beide platt. Das geht vermutlich. Ja. Sieben. Dann gucken wir mal, was wir so kriegen. Hast du eigentlich gerade... Ist ja sowieso so spät, aber in deinem Endstipp hast du auf sieben runter? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Sieht so viel aus. Dann für eins, für blau, zwei, farbloses, drei, blau. Hast du den nicht letzte Runde getappt? Nein, für farblos, ja. Achso, okay. Nur wenn er für Farbe dann... Wenn er für Farbe getappt wird, dann... Ja. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Würde ich einmal gerne einen Klon casten wollen. Der kommt als Kopie einer Kreatur rein. Möchte jemand Kauter? So, jetzt haben wir verstanden, wie das funktioniert. Ja. Ja. Ich glaub, äh... Cuttert keiner, deswegen das Original stirbt. Er kommt als CD-Zu und Kairi rein. Zieht drei Karten. Und ich mach... Also ich kann so noch irgendwas machen theoretisch gleich, weil sonst kannst du einfach weitermachen. Weil du bist weg. Ich hab kein Mana mehr. Da... Das würde ich einmal gerne... Außer jemand möchte auf den Trigger noch reagieren. Ich bin... Ja, ist ja schon längst... Aminatus Weissagung für acht. André, du verlierst acht. Schicke die obersten acht Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst davon eine Länderkarte ins Spiel bringen. Bis zum Ende des Zuges kannst du für jeden Kartentyp außer Land von den in Exil geschickten Karten eine Karte jenes Typs wirken ohne ihre Mana Kosten zu bezahlen. Resolve das. Ich hab kein Mana. Eins... Zwei... In Turn drei. Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Ich lese mir mal für mich. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Kreatur, zwei Kreaturen, ein Artefakt, zu 3 Spells haben wir vier und ein Land. Das heißt, ich würde erstmal ein Land spielen. Du kannst davon eine Länderkarte ins Spiel bringen. Ich bring den Command Tower ins Spiel. Der macht ein farbloses Mana bezüglich meiner Commander Identität. Dann würde ich einmal gerne die Mirror Hall Mimic als Kopierei, als Klon reinbringen. Als... Also erstmal Response rein theoretisch. Keiner von euch will das counten. Der kommt als die Hiditsugu und Kairi Kopie rein. Dann stirbt... Ich hab sie dann drei Karten. Ich muss auch gucken... Das hab ich gecastet. Zum Effizieren hab ich gecastet. Dann haben wir hier... Ja, den hast du auch gecastet. Bestimmt, den hab ich auch gecastet. Ja, da hast du vollkommen recht. Dann reveal ich einmal Grape Shift. Das ist auch ein Reanimierung Spell. Du hast gar nicht so viele Reanimierung Spells. Das heißt, du würdest einmal fünf verlieren. Ja. Unser Feenspieler würde dann rein theoretisch das... Hab ich das Original hier noch im Friedhof? Das hat gerade André... Achso. Dann würde er das Original reanimieren. Rein theoretisch. Das kommt wieder rein. Hier hätte wieder halt Enter the Battlefield Trigger und Die Trigger. Bei Die Trigger. Die drei Karten. Das muss ich hier auch. Das ist gecastet. Also erstmal... Also du spielst den... Enter the Battlefield Trigger... Ja. Nein, nein. Er spielt Stay-Faced Action. Ja, ja. Stimmt. Ja. Dann habe ich zwei Trigger. Die und Enter the Battlefield. Die kann ich stacken. Ja, ja. Aber nur wenn das klar ist. Dann mach weiter. Ja, ja. Dann ziehe ich wieder drauf. Ja, ja. Nur, ne. Dann... Ich glaube, du bist... Keiner einer von uns über Anni will ich gerade nenne. Nicht wirklich, ne. Du bist aus. Ich kann nichts machen. Wir gucken mal. Im Prinzip eigentlich ist das egal. Wir gucken ja dazu jetzt. Wenn du uns rausnehmen kannst... Ich versuche es. Das ist halt die Sache. Ich versuche es. Ähm... Dann würde ich einmal gerne... Revealen... Minds Desire. Das macht einmal... Ich schaffe meine Bibliothek und dann exile ich die oberste Karte. Ich kann diese Karte, ohne ihre Mana-Kosten zu wirken, bis zum Ende der Runde spielen. Und es hat Storm. Das heißt, ich habe momentan eins, zwei, drei, vier... Die mit Aminatis Augury, die sind auch free oder nicht? Die sind auch free. Die sind auch free. Aber die Kreaturen hast du gerade schon gespielt. Die sind jetzt exiled. Das heißt, den kann ich nicht mehr spielen. So, ich habe aber eins, zwei, drei, vier, fünf... Also, das heißt, ich habe vier gespielt. Das heißt, ich würde insgesamt fünf kriegen von diesem Minds Desire. Möchtet ihr weiter darauf reagieren? Nein. Ich kann nicht. Das heißt... Da mischen wir mal unsere Bibliothek. Und dann auf da und dann... Das sind die, die was fixiert sind. Und die anderen tust du auf die andere Seite. Ja. Möchtet ihr mal abheben? Fünfmal? Äh, nein, nein, nein. Wir müssen das jetzt richtig spielen. Also, du hebst jetzt ab. Und dann müssen wir wieder mischen. Denke ich die auf. Das wäre Wall of Stolen. Die kann ich bis zum Ende meiner Runde spielen. Die tue ich jetzt mal. Ne, tu die mal nach rechts irgendwo. Ja, die ist excited. Dass wir wissen, welche du... Also, das ist quasi der Dings-Omen. Und das ist umsonst. Ja, genau. So, eins. Das sind aber dann die... Das sind aber dann die... Wie gesagt... Das ist ja nur ein Spiel von. Zwei. Noch ein Klon. Wie viel Leben aber dann noch? 21, 32. Noch eine Kopie. Ich krieg die auch noch, Chris. Ich krieg die auch noch. Ja, nicht mal diese Runde. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja. Lass uns jetzt einfach einen Swamp. So, einen noch. Ja, hier. Und ein Einziehen. Das heißt, ich kann die Kontrolle über ein... Nicht-Kreationen-Zauber-Spruch meiner Wahl übernehmen. So, da... Also, theoretisch sogar jetzt auch Protection für die Runde. So, hier, da können wir ja schon mal sagen, der ist weg. Das kann ich nicht. Blunt hast ja schon gespielt. So, da... Was haben wir denn hier noch? Dann, äh, spielen wir einfach mal... Was habt ihr denn? Sheet-Counter? Ja. Okay, dann würde ich einmal Undercover Operative spielen. Der macht... Undercover Operative betritt das Spiel als eine Kopie einer Kreatur, die auf dem Spielfeld ist. Außer, dass sie eine Shield-Counter bekommt, wenn sie eine Kreatur kopiert, die ich kontrolliere. Das heißt, der wird gecastet werden. Möchte mal countern. Nicht gecountert. Nein, glaube ich aber nicht. Das heißt, sie kommt als Kopie von dem Helio Tsuru-Kairi-Klon rein. Mit einer Shield-Counter. Da wissen sie noch welche da. Ganz vorne links. Hier. Das schwarze. Das hier? Das ist eine Shield-Counter. Das heißt, der Vesufen-Shapeshifter wird sterben. Wegen State-Based-Action. Wieder zwei Trigger in dem Sinne. Ziehe drei Karten für den Enter the Battlefield-Effekt. Das ist gut. Wir müssen das ja hier am Laufen halten. Wann kann man den Judge rufen, wenn wir zu lange spielen? Dann würde ich einmal ein Reanimierung-Spell aufdecken. Das heißt, einmal, du verlierst dann fünf Leben. Seine Gegner. Zusammengefasst. Florian spielt seine Gegner in Staunen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht nur noch Staunen, sondern auch Verzweifeln. Summon Undead. Summon Undead macht, wenn ich das spiele, dann will ich die obersten drei Karten. Dann kann ich eine Kreatur von meinem Friedhof wieder zurück ins Spiel bringen. Das heißt, ich würde dann wieder hier die Zuge und Kairi targeten. Erstmal mailen. Stimmt, du hast recht, ja. Das kommt mir auch sehr gelegen, ja. Eins, zwei, das finde ich gut. Mit drei, oder? Nee, drei hast recht. Hast recht. Eins, zwei, drei. Und dann würde ich hier die Zuge und Kairi targeten. Außer jemand möchte das counteren. Und enter the battlefield. State based action. Wird gesackt. Die beiden trigger. Enter the battlefield. Die. Eins, zwei, drei. Dann... Wir müssen euch ja noch irgendwie ein bisschen da millen. Das heißt, ich würde einmal gerne die beiden oben drauf tun. Das heißt, ich reveale psychische Spirale. Das ist ein Spontansauber. Der macht. Mische alle Karten aus deinem Friedhof in deine Bibliothek. Ein Spieler deiner Wahl legt entsprechend viele Karten von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Das heißt, ich würde einmal André fünf Leben verlieren lassen. Und André, du tust dann... Die sind gerade auch in deinem Friedhof. Ja, die sind auch. So, das heißt, hier die Zuge und Kairi gehen dann in meine Kommandzone. Das heißt, sprich wie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Du würdest zwanzig millen. Und ich misch die rein. Fairer Tausch. Finde ich auch. Vor allem, ich hab noch so viele zu casten. Ich krieg die auch noch, Chris. Ich krieg die auch noch. Zwanzig? Bin raus. Zwanzig, ja. So. Dann, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein Replikationsritual, was ich umsonst casten kann. Das mach ich auch. Ähm. Target mein Undercover Operative. Dann würde wieder eine Kopie reinkommen. Hast du noch den Token? Eine Kopie reinkommen, die dann direkt sterben würde, weil es ist ein Hilsu und Karate. Das ist eine Legitilte Kryptur. Das heißt, ich zieh drei Karten. Tue sie mir wieder so arrangieren, wie ich es gerne haben möchte. Die Verzweiflung meiner Gegner ist in ihr Gesicht geschrieben. Also ihr habt ihr Gefühl, ich bin gerade Yu-Gi-Oh! Dann ein Reanimierung Spell, furchterregendes Erwachen. Das heißt, André wird nochmal fünf Leben verlieren. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Falls sie ein Drache ist, lege zwei plus eins plus eins auf sie. Aber ich habe leider momentan keine da drauf. Das heißt, sie bleibt exiled. Ich kann sie nicht casten. So. Aber wir ändern das. Wir machen ein Wall of Stone Identity. Das ist ein Klon. Der kommt wieder als Hildizu und Kairi rein. So. Der macht aber zusätzlich noch, wenn er reinkommt. Und werden alle Kreaturen mit demselben Namen wie die kopierte Kreatur getappt. Und den tappen so lange nicht, wie Wall of Stone Identity auf dem Spielfeld ist. Das heißt, bei einer Cover Operative würde getappt werden. So. Wall of Stone Identity. Stirbt dann. Ist hier die Züge von Kairi. Wieder bei der Trigger. Das ist bedauerlich. Funktioniert Chill-Counter auch mit Opfern? Nee. Spiel das nämlich nicht. Also mein Deck kann auch sehr lange Züge haben. Aber wenn ich die Züge habe, dann sind die meistens sehr schnell. Entweder habe ich dann halt eine Kombo und gewinne dann halt dadurch. Oder halt eben nicht. Aber ich sag jetzt mal. So lange. Um dann zu gucken, ob man wirklich gewinnt oder nicht. Ist schwierig, ja. Das passiert. Manchmal eher weniger. Dann denke ich einen Psycho-Scrawler auf. Kann ich leider nicht casten. André verliert nochmal fünf. So. Wall. Da haben wir nämlich noch ein Reanimierungs-Spell da drin. Aber zuvor würde ich einmal gerne ein Brainstorm machen. Um sicher zu gehen, dass ich auch wirklich was ziehe. Das heißt, ich würde eins, zwei, drei Karten ziehen. Und sonst so. Kann man ja nicht einfach abkürzen und wir beide sind drin. Also wenn er... Das Problem... Eigentlich rein theoretisch, ich dürfte Chris auch noch kriegen. Weil er hat nicht genug Counter. Aber ich dürfte eigentlich jetzt genug haben. Ich habe ja noch eine Reanimierungs-Spell. Denk dran. Den ganzen Quatsch, den du machst, du kannst ihn nicht targeten. Ich weiß. Aber nächste Runde schon. Ja, nächste Runde. Und er wird nichts casten können. Mach es einfach weiter. Dann sechs. Einmal Sahelis Kunstfertigkeit. Das heißt, ich mache eine Kopie. Ich kann eines oder beides wählen. Eine Kopie von einem Artefakt machen. Und einen Spielstein davon bekommen. Und eine Kopie von einer Kreatur machen. Wobei die Kopie dann zusätzlich noch ein Artefakt ist. Ich würde einmal eine Kopie von meinem Uncover, Hidetsugu und Kairi machen. Und einmal eine Kopie von dem Soaring. Ich hoffe, man kann es in der Kamera lesen, dass ich jetzt ein Soaring besitze. Das heißt, ich würde wieder eine Kopie kriegen, die dann auch sterben würde. Achso. Hast du zu viel? Eine Klu. Sie kommt rein. Stirbt. Hier drei Karten. Mir geht es so langsam da draus. Das ist das Problem. Ach schön. Was soll da noch alles? Ein. Ja, zwei. Den hast du auch noch. Das bringt nicht. Das bringt nicht. Das ist nur für Coutermäßig. Da würde ich einmal einen kichernden Gegenpart aufdecken. Bringe einen Spielstein ins Spiel, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist. Hat Rückblende 5 Blau-Blau. Das heißt, ich würde nochmal eine Kopie vom Uncover Agent machen. Da soll dir erstmal jemand leben. Das heißt, André verliert drei. Kopie kommt rein. Kopie stirbt. Und dasselbe. Das sieht gut aus. Das heißt, ich würde einmal André schon fünf Leben verlieren lassen. Und dann meine Wall of Stolen Identity reanimieren. Und proliferaten. Das heißt, ich würde vielleicht noch eine Shield-Counter drauf machen. Das geht das? Ja. So ein Counter. Doppelt geschützt. Triffst du jeden Counter noch drauf? Ja komm, hier kriegst du auch noch immer. Dann habe ich hier einen Trigger. Ja. Dann misch ich meine Bibliothek. Ein Shield-Counter? Das geht, weil es einfach ein Counter ist. Ist das nicht im Upkeep? Ne, das ist sobald die zwölfte drauf geht. Dann habe ich dann einen Trigger. Da müssen zwölf Stunden marken. Ja, genau. Die zwölfte wird draufgelegt. Trotzdem ist er reanimiert worden. Das heißt, State-Based-Action. Das heißt, bevor überhaupt dein Trigger auf den Stack geht. Das ist eine Stunde. Du hast ja erstmal einen Proliferate gemacht. Ja, aber der wurde reanimiert. Aber er hat ja hier einen Stundenwagen drauf. Und das stimmt. Vor der Priorität kriegt, stirbt das ja. Und das heißt, ich habe sowas wieder auf den Trigger. Das stimmt. Ich habe jetzt zwei Trigger auf den Stack. Darauf kannst du weggehen. Und ich darf jetzt sieben Karten ziehen. Vielleicht finde ich dadurch ja fast. Ich glaube nicht. Ja, spielst du Free-Spiel-Counters? Ja. Aber nicht viele. Das hat ein Kommandier. Also, das muss jetzt die perfekte Hand sein. So, geh mal bitte für die perfekte Hand ab. Zwei. Drei. Mal gucken, was wir hier so machen können. Dafür muss ich das abschmeißen. Ne, mach weiter. Okay, ja. Zwei Trigger. Draw three. Und das ist jetzt echt bedauerlich. Aber gut, ich habe noch einen Reanimierung-Spell. Das ist gut. Dann tun wir ein Klo. Klon-Opfern. Und den oben drauf. Dann, André verliert vier. Ist ein Klon. Kann ich leider nicht casten. Dann haben wir hier noch einen Hirsch, den ich casten kann. Weil ich es einfach kann. Und dann würde ich gerne meinen Soaring-Kopie tappen, um ein Soaring zu spielen. Ich habe noch einen Floating. Dann für ein Floating. Der spielt eine halbe Stunde. Und, ja. Kann ich gut. Du hast Spaß, ne? Ja, ich habe Spaß. Dann spiele ich noch, was haben wir denn hier? Ja, Turnartefakt hat es bisher. Hexerei, das ist das Letzte. Dann würde ich einmal das casten. Jeder Spieler millt zwei Karten. Das sind die, die jetzt nicht mehr casten. Ich glaube, da muss ich auch millen tatsächlich. Ja. Du hast ja nur Schutz. Jeder spiele mit zwei Karten. Ich kann eine Kreatur von einem Friedhof zurück ins Spielfeld bringen. Und es ist eine Art Fakt, zusätzlich zu... Also nicht die gemild wurden, sondern allgemein Friedhof, ne? Allgemein. Naja, weil manche sagen ja... Ich hab nur ne... Ich hab nur ne... Irrebus. Dein Commander ist ja... Achso, du wirst ja sowieso von deinem aus. Ja, ich nehm wieder meine Kopie. Ja. Die Kopie... Entert the battlefield. State-Based Action stirbt. Ziehe drei Karten. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Äh... Toe zwei oben drauf. Reveale einen Sieben-Mana-Spell. Schicksalshafte Rückkehr. Bring eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus seinem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Sie hält Unzerstörbarkeit. Falls es dein Zug ist, wende Hellsicht zwei an. Das heißt... Das heißt, äh... Ja komm, wir machen es mal zu Ende. André verliert sieben. Dann bist du tot. Ähm... Dann würde ich mein Mauer wieder zurückholen. Ähm... Als Hedi, Tsu und Kairi. Ähm... Hellsicht zwei machen. Okay... Das könnte dann noch komischer werden. Das ist ja schön. Brauche ich... Brauche ich so viel noch? Ne, so viel brauche ich nicht mehr. Äh... Da... Würde ich einmal Revealen für einen Doppelspell für neun. Nämlich... Ähm... Überwachen drei machen. Bringe dann eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Das heißt, ich mache Surveil drei. Aha. Aha. Da lässt sich alle so oben... Du brauchst doch was für sieben insgesamt. Dann bin ich tot. Ich habe eine Zeitschleife gemeld. Für fünf. Ja... Macht uns ein Zeitschpaß gerade. Für fünf. Wobei ich mache... Wobei ich mache das für fünf. Dann machen wir einmal für fünf. Dann kriegst du noch fünf. Dann sind wir fast da. Bring eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Schiffrieren. Das heißt, ich würde Stolen Identity Wall reinbringen. Das schiffriere ich an meinen Undercover Operative. Das heißt, wenn er Kampfschaden macht, kopiere ich das. Ähm... Dann... Er kann ja nicht getag... 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 Aber sein Graf hat halt. Ja, ja. Das ist korrekt. Dann würde ich einmal Gould's Night revealen. Das heißt, du verlierst nochmal fünf. Und ich kann für jeden Spieler eine Kreatur in seinem Friedhof bestimmen. Und dann diese Kreaturen ins Spiel zurückbringen. Sie sind zusätzlich Zombies zu ihren Typen. Und zusätzlich Schwarz. Ähm... Und sie haben Decay. Hast du eine Kreatur im Friedhof? Nein, ich spiele keine Kreaturen. Äh... Muss ich? For each choose a creature card. Äh... Ich nehme Wall of Stolen Identity. Kommt als glanzgeschliffener Hirsch rein. Na, wir sind nun noch nicht in den Turns. Ähm... Werde noch nicht. Und... Dann... 1, 2, 3, 4, 5... Muss ich, glaube ich, discarden. Wird ich halt so viel. Dann bin ich fertig. 1... Ah, 2... In deinem Upkeep würde ich gerne noch was machen. Ach ja, klar. Wo wir gerade dabei sind. So, Verteilungsraster. Dann... Äh... Visier of Many Faces. Glücksfall. 1, 2, 3, 4, 5... Dann noch ein Vesuvan Shapeshifter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir müssen noch zwei. Eingeflüsterter Wahnsinn. Windfall auch noch das zweite. Und dann, glaube ich, würde ich noch ein... Ein... Feed the Swarm. Das ist klar. So. Dann. Dein Upkeep. In deiner Upkeep. In deiner Upkeep. In deiner Upkeep. Würde ich gerne für den Soaring und ein blaues... Ah, mal so mal... Legendäre Kreatur, die du kontrollierst. Okay, das heißt, zwei vom Soaring, ein blaues... Ich glaube, mit dem... Stimmt. Du hast recht. Der ist dead. Äh... Würde ich dir einmal gern dein... Coody bautzen. Als... Channel. Mhm. Fähigkeit. Hab noch... Wie viel hast du jetzt dafür bezahlt? Drei. Äh... Blau. Ich hab ja legendär. Das ist ja hier die Zuge und Kairi. Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt der. Und... Land. Das ist dann... Das ist ne Kopie dann. Das ist leider nicht... Das ist ne harte Kopie. Das ist nicht... Nö, alles gut. Äh, ja. Dann darfst du gerne fortfahren. Ja, super. Schön. Für vier Mana Maximum. Ja, dann passt das alles. Ja, klar. Klasse. Dann würde ich behaupten, das war's dann. Wir alle haben bestimmt gleich ein Tormod-Skript entdeckt wegen Florian. Auch noch mehr Gräufe. Nicht nur ein Tormod-Skript. Was? Tormod-Skript? Achso. Das... Das macht leider nicht mehr so viel aus. Ja, jetzt nicht mehr. Aber jetzt sind wir eh schon raus. Aber... Ja, bring nix. Was? Warte, kann ich da was gegen machen? Warte, kann ich da was gegen machen? Warte, kann ich da was gegen machen? Kann ich nix machen? Nee, nee, lass ich. Dann... Untipp. Jetzt mal schieben. Sicherlich größte Wache. Große Wertsteigung. So. Nee, aber jetzt... Das hast du aber doch jetzt letzte Runde. Nein, das war auch fahrflos. Oh, fahrflos. Mein Gott. Wir kriegen ihn auch nirgendwo dran, ne? Jetzt ist es eh vorbei. Ja. Äh... Da... Wenn der Loop jetzt weitergeht. Ja. Wenn der Loop jetzt weitergeht. Ja. 1, 2... Natürlich. Hast du noch für ein grünes Zerstör irgendwie sowas? Nein, wir haben aber noch einen Sum undead. Das heißt, ich kann wieder drei Karten winnen und eine Kreatur wieder zurückbringen. Ja. Das heißt, ich würde garantiert mit der Hand auch dichten, um uns zu falten. Ja, ja, ja. Da müssen wir jetzt nicht durchexerzieren, ey. Dann GG's. Okay, ich nehm andere Steck. Kein Boardwipe. Boah, also 100 Boardwipes drin, ey. Dürfen wir eigentlich noch eins machen? Ähm... Stream nicht gleich drücken können wir mal machen. Ja, dann war es das mit der Runde. War ein ziemlich langer Zug gerade. Ja, und dann... Hat Spaß gemacht, ne? Wenn ihr mal dabei sein wollt und genauso gegen Florian mal spielen wollt oder ihn vielleicht auch selber damit platt machen möchtet, kommt mal vorbei, kauft euch ein Ticket im Online-Shop und zum Beispiel seid morgen oder einfach in den nächsten Wochen einfach mal dabei. Und dann... Bis wahrscheinlich dann morgen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020